Moin Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und ja, wir haben letztes Mal hier Bürger gerettet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu diesem Aussichtspunkt. Mal. Wie auch immer wieder hoch. Oh, hier. Was haben wir hier? Ein Banner. In den Hospi-Talitern. Ja, ehrlich gesagt, eine Flagge. Ja. Dahin ist so ein komischer Typ. Zwei von so komischen Typen. Ich würde zuerst mal... Ihr dürft nicht hier sein. Keiner gesehen. So, das auch nicht. So, dann mal hoch mit uns. So. So, okay. Dann... synchronisieren wir mal. Sehr schön. Warum geht das nicht? Före mich echt, warum das nicht geht. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmesser. Ja, ich habe keine Wurfmesser. Kann ich auch keine... Oder glaube ich jedenfalls, dass ich keine Wurfmesser habe. So, Bürger retten. Taschendiebstahl. Wir sind direkt beim Bürger retten. Aber wo? Warte mal. Was ist näher? Taschendiebstahl? Ach komm, dann machen wir halt den Taschendiebstahl jetzt. Dann machen wir halt den Taschendiebstahl. Der ist aber hier irgendwo. Dahinter. Hier hinten. Ja, ich habe mich fort. Also... Wir müssen doch hier fallen lassen. Der verdammte Nahrer hat wohl den Verstand verloren. Äh, wo denn bitte ist dieser Taschendiebstahl? Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert... Hm. Ganz komisch die Sache. Ganz komisch die... Ah, hier. Wahrscheinlich, oder? Ne. Äh? Wo, bitteschön, wo? Ach, weißt du, was? Dann machen wir halt jetzt die Bespielerbefahren. Oh, alter, ihr müsst wieder durchgrafen. Schon bald, dass du tot seist. Das kann ich sein. Oh, alter, ihr müsst wieder durchgrafen. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Okay, sehr schön. Gut, aber wo ist dieser Taschendiebstahl? Ich meine, dann machen wir halt nur nicht den Taschendiebstahl. Ist auch gut. Belauschen wir hier aber mal. Ich will den Taschendiebstahl machen. Ich will den machen, ne? Bin ich jetzt ehrgeizig. Ich werde den Typen finden. Bei dem ich das machen kann. Sehr schön. Oh. Oh. Ja. Das ist der Grund. Oh. Wer lebt das? Das ist jetzt gar nicht gut. Da ist er. Bringt ihn zur Strecke. Er kann nicht weit bleiben. Das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Er kann nicht entkommen. Jetzt sind wir mit Kurzschwerten drückt. Sollten wir doch noch bislang das Schwert plötzeln. Ah, hier unten. Da ist der Taschendiebstahl. Aber wo ist denn da bitte der Taschendiebstahl? Wo bitte? Wo? Wo? Okay, dann machen wir halt nicht den Taschendiebstahl, ne? Wenn der Taschendiebstahl nicht will, dass der gemacht wird, wird er nicht gemacht. So einfach ist das. Deswegen mal gehen wir jetzt hier, lauschen noch und dann gehen wir wieder zum Büro. Dann gehen wir zum Büro. Jetzt aufs Dach. Sehr schön. Hier ist Bürgerrett nochmal. Dazu ist es nicht. So. So einfach ist das nämlich. Ja, sehr schön. Oh, hier sind Gelehrte. Dann geht der Kampf halt weiter. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts, nur ein Bier getrunken. So, ich bin mal, gehen wir mal lieber aufs Dach, da fühle ich mich sicherer irgendwie. Und unbeobachtet. Alter, auch wenn dich mich da manche Leute anscheinend auch beobachten. Das kann man wohl nicht ändern. So. So, einfach eiskalt unterbebrochen. Einfach eiskalt. Da sehe ich auch nichts. Das kenne ich nichts. Was haben wir denn hier? Eine Flagge von den Hospitalitern. Das kann ich hier mit dem Blauschen. Interessant. Ich setze mich da mal auf die Bank. Ich setze mich da mal auf die Bank. Ähm. Habt ihr von Alain gehört? Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Okay. Einige Wachen sind nicht auf ihrem Posten, genau. Taschendiebstahl geht ja anscheinend nicht, deswegen... Wenn wir jetzt ins Büro gehen... Ja. Wir gehen mal gen Büro. Eigentlich kann man hier ganz schön gut durchführen. Aber halt nicht jetzt. So. Gehen wir hoch hier. Und wir können ja auch anscheinend schon zum Büro, weil wir ja genügend Informationen haben. So, mach dich mal runter hier. Ich hab auch einen komplizierter Weg hier. Kann man nicht anders sagen. Also. Oh, ja. Geh mal hoch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Dann gehe ich auch. Und dann... Wenn ich schon so freundlich dumm gebittet werde, dann mache ich das auch. Nicht wahr? Hier komme ich gar nicht lang. Gebt mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Menschen. Ich möchte kein Geld. Geben. Ich will zum Büro. Gebt mir doch ein bisschen Geld. Nein. Nein. Einfach nur nein. Wo ist das hier denn? Was haben wir denn da? Äh. 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 Ah ja. Hab das Spiel wieder abgespielt. Okay. Sehr schön. Geht jetzt mal hoch zum Büro. Nicht wahr? Ja. Dann erfahren wir vielleicht, wo der Doktor ist. Alter, ihr. Wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierhergedacht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, alter ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, wir ruhen uns erstmal aus und dann werden wir Garnier. Mörder an. Assassin Aiden. Quasi. Wir sind ja fast. Oh. Warum tut er das? Oh. Ich werde ein bisschen hier auch auf den Straßen umlaufen. Oh. Oh, lol. Hier, hier. So. Sehr schön. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Okay. Neun von zwölf. Was ist hier passiert? Ihr könnt auch nicht zählen, Freunde. Was ist hier passiert? Hilfe! Das ist eine Aspekt. Hilfe! Checkt Hilfe! Er ist in deinem Leben! Ihr seid erledigt! Ihr seid erledigt! Ihr seid ihr teueres Teil! Neh euch an! Warum? Warum geh ich da mal wieder raus? Warum geh ich da mal wieder raus? Die Mechanik habe ich noch nicht so ganz gecheckt. So, weg mit dir. Zeug weg. Ja, wollen wir noch mal sehen. Oder mit dir. Oh, da kommt der ja schon wieder. Oh. Oh. Neun von zwölf. Eigentlich würde ich dann doch vielleicht noch gerne alle Bürger hier retten. Eins sehen wir hier. Wir sind jetzt schon so nah. Komm, wir machen jetzt das Abblatt. Ich hab hier... Ah, obwohl. Der auch. Hallo? So. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Niemal vom Tatort. Und hier noch eine Flagge. Sehr schön. Ähm. Hm. Jetzt sind es wirklich noch nicht mehr so viele. Ich glaube, wisst ihr was? Ich werde jetzt nochmal... Zwei sind es noch. Eins muss hier irgendwo und eins ist hier. Ich werde jetzt versuchen, nochmal alle Bürger zu retten. Ich meine, es sind jetzt nicht mehr so viele. Und dann... Dann kann man ja auch mal... Was sehe ich hier? Ach so, es sind nur Gelehrte. Es sind nur Gelehrte. Du, Shell not passed. Ah, das ist ja toll. So, weg. Weg. So. Wo werden wir jetzt gebraucht? Ich bin falsch gemacht. Sag es mir vor. Und wenn das passiert... Das wird dich lehren zu stehlen. Haltet ein. Sitze. Hey. Hier kommt ein Megadiv. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Ihr strafaziert meine Geduld. So. Okay. 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 Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Sehr schön. Ich stehe euch bei bis zum Ende. Okay. Wo das letzte... Die letzte... Ist wahrscheinlich... Wird wahrscheinlich... Äh... Hier irgendwo sein. Deswegen werde ich da hochmageln. Nebenbei werde ich ihn nochmal mitnehmen. Aber mal, weil ich es kann. So. Jetzt mal rüber. Da hinten ist es. Ist noch ein Stück. Wir werden das schon hinkriegen da hoch. Lassen wir noch eine Flagge. Okay. Lassen wir uns nicht hingehen. So. Machen wir mal einen schönen Abgang. Aha. Okay. Dann hoch. Oh, und der Adler. So. Nächster Punkt. Gut. Und hier ist auch das letzte Bürgerretten. So wie ich gemutmaßt hatte. Okay. Das hat wieder nicht geklappt. Das ist ja schön. Ah. Ah. Werte langsam wieder synchron. Sehr schön. So. Okay. Dann halt so hoch. Ich weiß wirklich noch nicht ganz, wie das klappt. Ich glaube, vielleicht habt ihr Tipps, wie man das gut macht. Hm. So. Nehmen wir die Flagge mit. Ja, komm. Wenn es uns schon so angeboten wird, dann... Dieb. Das wird dich lehren zu stehlen. Also wirklich wenn... Wenn schon, denn schon, sag ich mal. Bitte helfen dir. Hilfe. Dieb. Das wird dich lehren zu stehlen. Oh ah ah Oh ah ah Oh ah Oh ah Oh ah Oh ah Wer wird jetzt sterben ja Das wollen wir ja erstmal sehen Oh ah Oh Ja nicht nett jetzt hier Oh ah So Ich denke ich sollte euch danken Aber denkt nicht dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte Trotzdem hat mir recht gehandelt Ich werde versuchen den Gefallen zurückzugeben So haben wir jetzt auch mal was completed Alles Ja Haben wir jetzt auch mal Alle Bürger gerettet Döcheln Werden Oh Der jetzt klappt jetzt nicht Toll Okay Okay dann werden wir jetzt ähm Jetzt werden wir das Attentat aufzuführen Jetzt endlich Ja Ja Ohne irgendwie Gelenkt werden Es werden Ihr dürft nicht hier rein Ich geh. So. Dann mal hoch. Hier ist gar nichts. Ähm, dann. Ja. Dann mal. Ab dafür, würde ich sagen. Oh. Oh. wir sind ernsthaft jetzt fast so weg mit der hacke hier sind geistliche also weg mit so jetzt ab dafür ab da rein anders kommen wir da glaube ich auch nicht rein als mit als mit dings genut mein sohn ich bat euch den patienten zu holen nicht ihn zu töten alles wird wieder nein überwindet eure furcht sonst kann ich nicht helfen mir helfen so wie ihr den anderen heißt ihr habt ihnen die sehen geraubt ich habe gesehen aber meine nicht nein meine kriegt ihr nicht reist euch zusammen glaubt ihr das gefällt mir glaubt ihr ich möchte euch wehtun aber ihr lasst mir keine wahl jedes freundliche wort begleitet von einem hieb alles nur luk und trug er wird nicht ruhen bevor sich alle vor ihm beugen das hätte dir besser nicht getan bringt ihn in sein quartier ich folge euch wenn ich hier fertig bin ich bleibe nicht hier ich werde wieder entfliehen nein wohl kaum recht ihm die beine alle beide es tut mir so leid das ist aber nicht sehr nett doch ich habe besseres zu tun was soll ich jetzt machen ich komme anscheinend hier durch ach komm alter warum boxt warum werde ich hierher gewoxt da kommt er so bäm befreit euch von eurer last ich werde jetzt reden finden nicht der entlose schlaf ruft da mehr aber bevor ich meine augen schließe muss ich wissen was wird aus meinen kindern ihr meint die leute die ihr in grausamen experimenten quält sie werden frei sein und heimkehren können verheilen welches heil die freudenhäuser die gosse die kecker woraus sie geholt wurden ihr habt sie gegen ihren willen geholt ja was von ihrem willen noch übrig war seid ihr wirklich so naiv lasst ihr einem kind jeden wunsch nur weil es weint vater ich möchte mit dem feuer spielen was würdet ihr sagen wie du wünschst aber dann seid ihr schuld an seinen verbrennen es sind keine kinder sondern ausgewachsene männer und frauen körperlich vielleicht aber nicht im geiste und es ist das leiden das ich heilen wollte ich gestehe ohne das artefakt welches ihr uns gestohlen habt komme ich nur schwer voran alle kräuter mixturen und elixiere meine wachen sind der beweis auch sie waren dem wahnverfahren bevor ich sie fand und aus den kerkern ihre umnachtung befreite und nach meinem tod werden sie wieder toll ihr glaubt wahrlich ihm zu helfen ich glaube es nicht nur ich weiß es sogar ok jetzt müssen wir sind im hauptquartier quasi und müssen aua wir müssen hier weg wir gehen einfach in der panik raus oder kämpfen keine ok paar leute hier so wir sind jetzt aggo drauf ja so ja ja aus Hallo? So. Sehr schön. gut dann können wir mal zum büro leider zurück zum büro leite so wer beobachtet mir ist egal eigentlich ist mir egal eigentlich sehr schön wenn du näher kommst du hast bitte nichts wenn du hier runterfällst du kommst noch mal hoch dann machst du jetzt erstmal abgang besser ist es nämlich so was haben wir hier eine flagge so hospital liter flagge so dann jetzt mal zum büro an der warte 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 garnier ist tot dann kehrt mit der kunde eures sieges nach massiav zurück da ist noch etwas dann sprecht oder muss ich eure gedanken lesen was denkt ihr was er von diesen leuten wollte warum er mit ihnen experimentierte so wie er es tat ihr sollt handeln nicht fragen stellen alter ihr ganz gleich was er tat oder weshalb nur sein tod zählt aber garnier schien zu glauben diesen menschen zu helfen ist es das was ihr sagt ich sag keinen ort der heilung sondern der qual welchen sinn hat dann dieses gespräch ich weiß nicht vergesst es einfach das habe ich bereits spule fort zu aktuellen mit dem sachen sehr schön erinnerung ist massiav vorspulen naja muss nicht sein können wir jetzt selbstständig nach massiav zurückkehren ok wir müssen selbstständig nach massiav zurückkehren gut ist aber kein problem das machen wir ja easy logger aber erst beim nächsten mal also bis dahin und ciao leute